So Dala, jetzt bin ich herum und jetzt freue ich mich richtig aufs Skifahren. Der Anstieg war hart, jetzt bin ich herum am Gletscher. Das Rad lasse ich jetzt da stehen, und jetzt werde ich mal richtig berrig Ski gefahren. Einen richtig schönen Tag auf dem Gletscher gehabt, richtig gute Verhältnisse, und jetzt gehe ich noch ein bisschen raufahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.